Hallo Leute, Redi Kessler ist da. Jetzt mache ich ein Dorf, Part 4 oder... Part 5? Okay, jetzt fahre ich mit meinem Velo. Ein BMX-Velo. Oh nein. Okay. Warte. Ihr wollt wissen, wieso ich ein Dorf mache, weil mein Kollege Rosha, Juni, hat für mich ein SMS geschrieben, dass ich noch ein YouTube-Video mache. Dann war es kein Problem für mich. Ich gehe mal und ja. Oh Gott, warte. Ja, okay. Okay, ich muss euch etwas sagen. Bitte mach es nicht zu Hause nach. So, wenn du ein YouTuber bist und wenn du mit dem Velo fahrst und die Kamera hebst, Handy, ist es keine gute Idee. Weil, 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 weil wenn du keinen Helm hast, ist es schlimmer. Aber mit Helm ist es schlimmer. Aber schlimm, ich habe keinen Helm. So, ich muss jetzt aufpassen. Das ist echt dumm von mir. Aber bitte mach es nicht zu Hause nach, okay? Bitte. Okay. Ey, what the heck? Ey. Okay, und dann... Und dann, ja. Und besser wenn keine Hunde da sind. Ja, weil hier kommen immer Hunde und Gallen. Wenn ich meine Schuhe fertig, wenn ich diese... Oh mein Gott, wenn ich diesen Weg nehme und dieser Ort ist so creepy, ja. Aber warte. Okay, wir sehen uns später. Wir sehen uns später.